Chemie-Kaut, na, jetzt machen wir eine Biologie, ja? Bist du auch zufrieden? Sehr schön. Das ist doch schön, das ist doch schön. Also, es geht vor allem um Tiere. Tiere, vielleicht auch um Pflanzen. Nee, eigentlich nicht um Pflanzen. Es geht wirklich nur um Tiere. Um Vögel geht's. Säugetiere, Amphibien, Reptilien und Fische. Das ist das Thema dieses Kauts. Also, dann rein mit euch steht alle